Ah, wir haben Post. Eieiei. War eine anstrengende Woche und ein richtig schönes Event gestern. Mal schauen, ich versuche es hier auf YouTube aufzubringen. Unser Seven Days to Charity Event. Ich fand es richtig schön. Hat Spaß gemacht. So. Die Pflanzen wachsen. Komm, wir sammeln es an. Eirut, User. Ja, den nehme ich natürlich. Dankeschön. So, dann können wir schauen, ob ich nehme an, alles was ich im Inventar habe, kennt er schon. Ja, kennt er schon. Braucht er nicht. Kleider-Dame ist da. Natürlich, da könnte man Kleidung kaufen. Wir könnten mal schauen, ob ich Zeitung verkauft habe. Warte mal. Mann. Hier könnte man nur kaufen. Okay. Die ist noch nicht zu Hause. Die müsste ich haben. Die müsste ich haben. Theodor, äh, Franklin. Bitteschön. Okay, bitteschön. Der ist auch happy. Hello Fletch. Die ist eigentlich schon glücklich. Ähm. Ähm. Guckt Apple? Kann ich mal. Jetzt fehlt man eigentlich nur noch. Hier. Bist du denn? Ah, da. Ah. Der Chopper me. Stinkhack. Hm. Den hole ich nicht. Den hole ich nicht. Oh. Wir haben den Weg entfernt. So, gekochtes Koko. Und was wird das andere? Guckt Apple, glaube ich. Einmal nochmal nach. Guckt Apple? Ja. Da. Einen da. Da haben wir noch was. Mhm. schon. Du wolltest doch was haben. Äh. Watt, watt, watt. Ich mach mal. Ja. Hier, Joko. Ja. Immer gerne. Dankeschön. Ich hab noch was drauf gekauft für dich. Ich hab noch was drauf gekauft für dich. Okay. Dankeschön. Und wer wollte denn Apple? die Fletsch. Natürlich hab ich den gekocht in Apple. Ein guter Single-Bet. Cool. Endlich. Nein. Nein. Ich möchte dich aufheben. Danke. Schein. Ich mache es hier. Woll. Position. sehr gut gut wir sind leer und wir haben einen alle wünsche erfüllt also fast ein die sind auch für meine planten das ist sehr nett 28 bananen kann man natürlich machen und du arbeitest heute nicht, oder was? nein, der arbeitet heute nicht ich bin fast alle okay wir brauchen bananen ich bin fast alle Hmm. Hmm. Back home. Das dauert mit den 28, ja, da hinten können wir übrigens auch hier an, das sehe ich gerade. Gut, dann bringen wir die zur Reign. Gut geht's jetzt schon wieder rum. Wo ist die Reign? Nee, da drüben rennt's nicht rum. Bist du jetzt noch in deinem Glashaus? Ah, jetzt bist du da. Hey. Natürlich, bitteschön. Dankeschön. So, was hast denn du heute da? Dich haben wir, glaube ich. Rit haben wir auch. Tomaten haben wir auch. So, theoretisch könnte ich jetzt die hier abholzeln. Hinten haben wir die Bananen. Hier könnte man eigentlich. Warte mal, ich hole es nochmal. Ähm. Ein paar von ihnen. Nein. Jawohl. Was soll man eigentlich sonst tun? Essen. Tausend Dinkum ausgeben. Und drei Bäume pflanzen. Okay. Gut. Also. Oder ist Honig. Moment. John, ich hab da was. Ja. Dankeschön. Oh ja. Kann man beim Computer dann was leisten. Oh. Ich füttern. Moment. Ist ja auch wichtig. Die Händeln füttern. 1,2,3,4. Weil ich nehme, die haben so Hunger, dass sie mich gleich fressen. Gut, dachte ich mir doch, dass ihr Hunger habt. So. Oh. Komm her. Sehen schön. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Oh. umher da aber ich würde gerne den ersten haben so so Das war's. Das war's. So, da auch noch. So, jetzt muss ich was essen. Das steht aber ja eh auf meinem To-Do-Clan. So. So. Damit haben wir hier mal ein paar nette Pflänzchen. Die Pflänzchen sollen auch nur ein Pflänzchen. Die Bananen hier müssen noch weg. Das nächste wird dann die Apfel. Das ist ein Pflänzchen. So. So, das ist mal das eine. Das ist Hardwood. So. Wir brauchen die Salmone. So. 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 See. So. hoax. So. Doppeln. Und da ist es da. Das war's für heute. Genau, hier gibt es noch mehr. Sehr gut. Ich finde echt nur noch die Apfelbäumchen. So, am Morgen habt ihr ja nicht offen, da ist nichts drin. Da haben wir das da. Ach, ich habe noch ein paar Samen. Gut, dann war es das ja für heute, dann gehen wir jetzt mal ins Bett zu schlafen. Und zwar endlich mal in einem Freundliches Bett. Oh, ist das nicht schön. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ja, da war man heute vorlässig. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.